hey freunde was geht ab hier ist der calvin und in diesem video geht es um den grund warum ich keine videokurse mehr aufnehmen wir hatten heute morgen ein team meeting und der markt der gerade in meinem team ist der die frage gestellt calvin warum nimmst du eigentlich keine videokurse mehr auf und dann habe ich das erklärt und habe mir gedacht eigentlich könntest du das mal auf diesem youtube kanal hier verewigen also gleich vorweg es gibt aktuell ein paar youtube kurse von mir die wir online gestellt haben aufgrund der jetzigen situation ist und home office paket und es wird hoffentlich dann auch morgen ein hörkurs von mir geben den ich schenke für null euro aber generell ist es so dass ich keine video trainings aktuell produziere ich habe das über ein jahrzehnt lang gemacht und kam auf eine sehr hohe frequenz also pro monat mindestens ein neues video training da ist sehr sehr viel entstanden und der grund warum ich das jetzt nicht mehr mache ist weil ich die sinnhaftigkeit in meinem tun eher in einem längeren prozess sehe ein video training ist immer etwas du schaust es an und dann ist fertig so und video training oder eine weiterbildung bringt immer was aber da muss man ehrlich sein wenn du 30 euro investiert und dann eine stunde langen kurs anschaust dann kannst du da nicht erwarten dass sich dein ganzes business auf den kopf stellt oder egal was du vor hast dass sich alles ändert so das dauert immer eine weile und ich suche jetzt eher das coaching wo ich verschiedene menschen mit verschiedenen zielen dauerhaft begleiten kann das ist so von der sinnhaftigkeit bei mir hat es da irgendwann klick gemacht da habe ich einfach bock drauf und diese zeit die ich spare weil ich jetzt keine video trainings erstelle setze ich dann in social media mit videos auf verschiedenen kanälen genau also das ist eigentlich der hauptgrund weil mich die video trainings alleine nicht in meiner mission stark genug unterstützen die ich vorhabe so das ist wie gesagt die situation jetzt haben wir heute morgen im team meeting hatte ich eine idee die habe ich vorgestellt und die haben wir dann erarbeitet weil ich habe dann so zu meinem team gemeint ich würde schon gerne auch mal diejenigen coachen die jetzt vielleicht nicht in die academy wollen weil das vielleicht noch eine nummer zu groß ist oder wie auch immer aber die etwas mehr wollen als ein als youtube videos und ganz ehrlich ich will kein video kurs erstellen weil damit wieder so durchgeserbt ich habe keinen bezug zu den leuten das fühlt sich nicht so nah an und deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen da freue ich mich auch mega drauf ich werde es noch mal in einem extra video noch mal extra erwähnen ich habe ein abend seminar geplant also ein coaching abend coaching insuminar mit der software zoom wo ihr dabei sein könnt es wird ein kleiner betrag sein 59 49 euro irgendwie und dann abend 23 stunden plus einem folgetermin von einer stunde weil es geht um ein thema was mir am herz liegt und das werde ich jetzt demnächst tun das wird kein video training werden wobei es wird so sein dass wenn ihr an dem abend nicht könnt könnt ihr trotzdem buchen ihr bekommt eine aufzeichnung zugeschickt aber wir verkaufen das später nicht extra als video kurs dass das eher so ein live ding ich will live dass ihr da seid und das thema ist geil das thema ist nämlich nicht motivation sondern umsetzung wie man die dinge die man sich vornimmt auch umsetzt weil das habe ich in den letzten wochen und monaten bemerkt wie da vieles auf der strecke bleibt wie viel man sich vornimmt ich mache jetzt einen youtube kanal ich mache mir live streams gehe regelmäßig zum sport ich mache morgens meine routine achtsamkeitsübungen aber ich kriege es nicht hin und ich ziehe es nicht durch und leute wenn ich in einer sache gut bin dann ist das nicht motivation was immer viele denken sondern in punkto disziplin und der grund warum er gewisse dinge nicht umsetzt liegt nicht daran dass ihr nicht motiviert zeit im gegenteil ihr seid motiviert ich glaube die dinge die euch vornehmt die sind falsch gesetzt die sind unpassend perfektionismus steht euch im weg falsche abläufe falsche reihenfolge falsches mindset und ich werde euch einfach machen an dem abend ich werde euch alles mit auf den weg geben mit euch an diesem abend ein vorhaben setzen und dann treffen wir uns vier wochen später noch mal eine stunde online und schauen mal also es wird geil wie gesagt bald dazu mehr in dem extra video ich wollte jetzt eigentlich erklären warum ich keine videokurse mache und wie ich meine sucht stattdessen befriedige also diese sucht videos aufzunehmen zu helfen gas zu geben klar meine ganzen youtube videos aber jetzt eben halt auch endlich mal wieder mit einem online seminar also ich habe schon lange kein workshop mehr gegeben also zumindest keinen öffentlichen und da freue ich mich mega drauf also wird ein schöner abend datum ach ist ja gut datum gebe ich euch schon mal mit dass ihr reservieren könnt aber ich schaue dass ich die tage des dann offiziell noch mal raushaue 21 juni ne 21 mai 17 uhr zweieinhalb stunden und dann treffen wir uns am 18 juni noch mal abends auch so 18 uhr um mal zu schauen was aus der umsetzung geworden ist es wird geil setze ich mich auch selber ein bisschen unter druck aber wir machen das wartet mal ab ich habe die tools und die strategien glaubt mir glaubt mir das funktioniert also das war das heutige video schön dass du mit am start warst und die tage gibt es weitere informationen gerne abonnieren morgen wieder vorbeischauen und gerne auch kleines feedback hier unter diesem video lassen damit ich was von dir lese in diesem sinne freunde bis morgen also auch also auch 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 auch